Hallo zu Andekwitsch, Schrägstrich Inside Politics. Heute geht es um das Thema Volksanwaltschaft. Neben mir Frau Universitätsprofessor, Frau Dr. Gabriele Fischer und als jetzt bekannt aus ORF und Fernsehen allgemein, Herr Dr. Günther Kreuter, Sie sind eigentlich der SPÖ-Volksanwalt und als solcher auch für die Anliegen der Bürger da. Da habe ich gleich einen kleinen Einwand. Die Volksanwälte agieren selbstverständlich überparteilich und die Bezeichnung SPÖ-Volksanwaltschaft, da habe ich gar keine Freude damit, dass ich eine sozialdemokratische Vergangenheit habe, ist allgemein bekannt und da geniehe ich mich nicht auch dafür. Aber ich glaube, man muss unseren Zuseherinnen und Zusehern vermitteln, dass die Volksanwälte selbstverständlich vollkommen überparteilich agieren. Das ist natürlich klar, aber die Beschickung der Volksanwälte läuft nach den Wahlergebnissen. Das Nominierungsrecht, so ist es geregelt in der Verfassung, obliegt den jeweils drei mandatsstärksten Fraktionen im Parlament. Gewählt wird dann allerdings schon ein Kollegium vom Parlament insgesamt. Das ist schon der erste Ausdruck der Überparteilichkeit. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Sie müssen wissen, Entschuldigung, dass ich das jetzt noch hinzufüge, Ich bin auch Generalsekretär vom Weltweiten Ombudsverband und eine unserer wichtigsten Botschaften für unsere Mitglieder aller Welt ist die Unabhängigkeit. Und daher bin ich da ein bisschen empfindlich. Absolut. Das wollte ich ursprünglich in meiner Einstiegsfrage klären, aber gut, jetzt haben wir es so durchgesprochen. Frau Dr. Fischer, um was geht es eigentlich jetzt bei dem Thema Pflege und auch bei dem heutigen Thema, um was Sie heute gesprochen haben? Ich leite oder ich darf seit einem Jahr die Kommission zum Präventiven Menschenrechtsschutz in der Steiermark leiten. Und wir haben in diesem Zusammenhang einen vielfältigen Bereich, den wir überblicken, prüfen, beobachten und wo wir Anregungen geben. Ein Teil davon ist die Kinder- und Jugendpsychiatrische Versorgung. Das ist der Mittelpunkt heute. Und in diesem Kontext decken wir natürlich auch ab, wie sehr diese Kinder- und Jugendpsychiatrische Kranken die entsprechend adäquate und vom Gesetz vorgesehene Pflegestruktur erleben. Der Titel heute war Präventiver Menschenrechtsschutz. Was geht es da? Auf was schauen Sie bei Ihren Besuchen? Auf was schauen Sie sozusagen auch, wenn Sie eine Anzeige bekommen oder eine Mitteilung von Eltern, die sagen, da gibt es Probleme? Also grundsätzlich schauen wir, wie es den betroffenen Minderjährigen vor Ort geht, ob die ganz konkret mit der entsprechend ärztlichen Fachkompetenz versorgt werden, primär mal diagnostiziert und dann versorgt. Das sind die Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Seit 2007 ein eigenständiges Fach in Österreich. Wir haben gegenwärtig 178 Kinder- und Jugendpsychiater in Österreich. Wir schauen zeitgleich auch, wenn diese Kinder- und Jugendlichen stationär sind, ob sie auch die qualifizierte psychiatrische Pflegekraft haben. Also das ist eine Zusatzausbildung zur normalen Pflegekraft. Wir schauen, ob die entsprechende Begleitung durch Pädagogen da ist, ob die entsprechende Anzahl von Kinderpädagogen, Lehrkräften, Ergotherapeuten im Sinne eines multiprofessionellen Teams stationär vorhanden ist. Ambulant schauen wir, wie ist die Versorgung, weil primär versuchen wir immer im familiennahen Bereich die Betroffenen zu versorgen, wie hier die Situation ist. Und da muss man sagen, ist die bedauerliche Situation, dass in der ganzen Steiermark kein Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie auf Krankenkasse tätig ist. Das heißt, jede Familie, wo ein Familienmitglied ein Problem hat, muss primär einmal das Geld vorab vorstrecken und dann um eine Rückrefundierung ersuchen. Respektive gibt es in Bereichen wie der Obersteiermark oder der Südoststeiermark überhaupt keine entsprechende fachärztliche Kompetenz. Kurz gesagt, dazu gibt es ja dann auch immer einen Vorschlagskatalog seitens der Volksanwaltschaft, dann die Politik, der dann vorgelegt wird. Was ist dann sozusagen Ihr Part darin? Wir werden noch in diesem Jahr, im Dezember, unseren Bericht an den Steiermarkischen Landtag erstatten und wir erwarten uns bis dahin eine substanzielle Verbesserung der Situation in der Steiermark. Das heißt, es müssen umgehend Stellen eingerichtet werden, die von der Gebietskrankenkasse entsprechend ausgestattet sind. Das heißt, dass es diese Kassenstellen gibt. Es braucht unbedingt zusätzliche Betten für Kinder und Jugendliche mit psychiatrischen Erkrankungen, damit sie auch stationär behandelt werden können. Und im Bereich der Universität muss hier endlich eine entsprechende Forschung und Studienmöglichkeit etabliert werden. Das klingt nach einer ziemlich großen Aufgabe. Ich sage herzlichen Dank für das Gespräch und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Danke schön. Wiedersehen.